Willkommen zurück zu Snowtubia beim Rutschloon und zwar werde ich mir mal das hier drüben aufmachen Sicherheit das heißt den reiß ich mal ab und setz den da hin warte mal da setz ich mal Hütte da hin da geht es hier irgendwo so ja ok und da habe ich bisschen mehr Probleme wie man das hier sieht und da oben so ist da auch da oben da aber auch da oben bauen die das dann irgendwann weiß ich nicht ob die da irgendwas bauen irgendwann oder ob die noch irgendwas anderes bauen auf jeden Fall wird hier noch eine gebaut hier oben da ja hat sich das jetzt gebessert ja hat sich gebessert hat sich da auf jeden Fall gebessert welche Farbe hat die grün nein die ist grün dann ist hier halt einfach nur keine Sicherheit gegeben ui aber so kann ich die jetzt viel besser bauen also dann habe ich da eine Sicherheit etwas bessere und kann ja dann viel wichtigere stellen platzieren wenn ich jetzt ja da könnte ich vielleicht sogar noch eine hin machen an die stelle da da könnte ich halt auch noch was hin machen und dann da noch irgendwo was hin da vielleicht jetzt noch was hin und dann setze ich da wenn das jetzt gebraut wird auch noch was hin auch noch was hin das könnte ich halt auch so machen da wäre es jetzt überhaupt optimal ist ja das hat schon was gebracht dass die Piste nicht nur so belastet wenn ich das dann da mache dann wird es ja auch gehen ah das ok das liegt aber mehr auch hier an der an der Piste hier als an der das hier jetzt das ist aber ok das ist ok das heißt da kann ich jetzt die hier her setzen warte wird das hier gebaut hm bis jetzt noch nicht wann möchte er das denn bauen hm keine Ahnung wann die das bauen aber ok so kann ich das jetzt und dann setze ich hier zwei hin und dann sollte es ein bisschen besser werden oder dann kommt denn der nächsten wahrscheinlich ok aber da brauche ich auf jeden Fall noch hin aber da habe ich eh was gesetzt das so dann wäre hier noch vielleicht was notantikieren tun dann bin ich mal falsch drin ne den wollte ich nicht den da vielleicht da geht's da ja ja da geht's mal schauen wann das hier gebaut wird da 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 habe ich da auch zwei gesetzt vielleicht was vielleicht geht's ja so zurück jetzt habe ich 37 prozent ich wollte nicht den Lift 36 36 36 prozent habe ich vor 34 also anscheinend gibt's doch was wenn ich das so mache das ist ja mal in Richtung Stellensatz ja da das Stück das ist eine blaue ok halt mit einem großen grünen Teil hm ah kann ich keinen anstellen weil ich zu wenig freiwillige habe aha ja aber wie belastet ist das denn Adduktivität was ist denn nicht so natürlich da oben ok warum ja wo habe ich noch ein Gebiet und wo noch da drüben da habe ich keine Adduktivität geht da drüben auch nicht aber da kann ich vielleicht noch was hin machen also da habe ich obwohl ich da was hin gemacht habe aber da ist auch ein bisschen besser ja da ist nicht jetzt so nicht so stark der Adduktivität hier zum Beispiel da oben jetzt aber auch nicht bei den Liften also bei den Liften auch nicht so stark ist der Liften aber da kann ich ja nichts hin hm Pistenschwierigkeit Besucherzahl kann ich hier mal auch sehen und da sind schon ein paar ne ja da aber die mir weniger da drüben sind auch ganz viele okay dann hm und sicher da könnten eigentlich alle hüten hin da können noch mehr hüten hin aber warte so was wir gehen auf den attraktivität ne weniger ok die weniger weil der das ist ja auf den der ist echt auf eine strecke gebaut ähm wie kommt da wer rein ja da da sind schon welche drinnen zwei stück und da wie schaut es jetzt aus mit der Sicherheit nochmal langsam äh kann ich da ohne dass sich da so bewegt ja ein bisschen besser oder da oben halt noch da unten auch dass ich vielleicht da noch irgendwas hin mache wo es halt ganz extrem ist so wie klar ja und dann einfach schauen ob das was hilft hm wo hab ich noch was gebaut da drüben da drüben hab ich was gebaut hilft das doch wirklich oder ich geh zurück oder ein bisschen ja ein bisschen geht es zurück ich hab jetzt 33 Prozent hm ja welche warten die 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 läuft eben hoch das ist okay das ist ein gelb okay da sollen sie sich nicht anstellen ähm wo wollte ich jetzt hin ich wollte irgendwo da hin also aber jetzt nicht genau wo ich dann kann ich kann die zwei aber auch irgendwann mal verbinden mit dem Lift wie viel kriege ich denn noch 110 so ah jetzt sind ich die Hütte nicht mehr oder hab ich noch eine gebaut da unten war es oder ja da waren die Hütte ok die hat richtig gut geholfen die auch die auch ja also die haben geholfen nur hier die Piste ist einfach überfahren hm da sind wahrscheinlich schon so viel auf der Piste das ist gar nicht mehr du hm ich könnte jetzt noch ein Lift bauen und dann werde ich auch bauen so ja ja doch den irgendwie darüber aber wenn das zu lang ist das ist ja schon zu lang zu steil zu lang und da komm ich nicht hin aber da wäre es ja auch schon gut wenn ich irgendwie von da darüber kommt darauf in dieser dann ja das ist cool perfekt und da zu steil das ist so ja so wie komme ich da raus ganz einfach nach indem ich so ohne das zu steil ist hm ja genau so dann kriegs da noch solche vor die die verbinden geht das hallo hallo da will ich jetzt nicht um fehlt da auch noch irgendwie runter ähm da irgendwo verbinden sich die zwei oder nicht immer mal gucken muss ich dann mal schauen dass man jetzt einschlägt Tien aber wo krieg ich dich hin auf jeden Fall die Hände zu stellen, da krieg ich dich hin ok krieg ich noch ein Gebäude in die Superküche in Europa da geht's nicht wo wo ging's dagegen ok zwei dann hier jetzt ne breite Piste irgendwie so wie äh Alter Eilenstein ja das ist schon schwein ja einfach ne schwarze da runter oder ja ja let's go ja let's go ne roze halt mindestens und aber die ist dann mindestens zurück da hab ich zu wenig freiwillige nein da hab ich auch zu wenig freiwillige nein nicht zu wenig freiwillige die ist auch rot oder nicht zu wenig freiwillige wenn die dann da rein gehen wird so blau-rot halt äh ich hoffe hat euch die Freunde danke fürs Zusehen bis zum nächsten Mal Tschüss